Es gibt heutzutage Säuglinge, bevor sie Zähne haben, wollen sie das festeste Fleisch kaufen. Das festeste, und er hat keine Zähne. Was wird passieren? Er wird es niemals schaffen. Wir sollten dieses lernen, dass wir als Muslime zufrieden sind mit unserer Religion. Und je weniger Scheinargumente wir hören, umso besser für unser Herz. Und wenn du aber die Wahrheit lernst, dann weißt du automatisch, was die Lüge von dieser Wahrheit ist.